Das Promotionskolleg NRW ist eine gemeinsame Einrichtung aller Hochschulen für angewandte Wissenschaften in Nordrhein-Westfalen. Gegründet wurde es, um den Promovierenden, die wir ja auch hier an unserem Hochschultyp haben, die Möglichkeit zu geben, ohne die Notwendigkeit eines Betreuers, einer Betreuerin einer Universität zu geben. Das heißt also, wir können jetzt unseren eigenen wissenschaftlichen Nachwuchs selbstständig promovieren mit Hilfe dieses Promotionskollegs. Gleichzeitig vernetzen sich darüber die Kolleginnen und Kollegen, es werden Weiterbildungsangebote für Promovierende geschaffen und es entsteht insgesamt einfach ein reger Austausch zwischen den forschenden Nachwuchswissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern.